Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas und David Jonas. Schön, dass du mit dabei bist. David, das kann ich dir nun zurückgeben. In der heutigen Folge wollen wir mal über eine Gefahr sprechen. In der letzten Folge hatten wir schon die Gefahr des Wintersemesters. Und diese Woche ist es die Gefahr von Leuten, die absolut keine Ahnung haben. Ja, also ihr müsst noch nicht direkt ein Dislike geben. Wir sprechen heute nicht über euer direktes Umfeld. Dem sollt ihr auch nicht unbedingt vertrauen. Aber es geht heute eher um so Mainstream-Meinungen auch und sowas. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, bezieht sich das dann ehrlicherweise auch auf das familiäre Umfeld teilweise. Und da würden wir mal so ein bisschen mit der persönlichen Situation vielleicht anfangen. Weil das haben wir beide auch erfahren. Ich kenne das ja auch zum Beispiel von mir selbst. Generell, ich glaube, meine Eltern waren immer relativ zufrieden damit, was ich so notentechnisch und so weiter gemacht habe. Weil das auch immer auf einem sehr guten Niveau war. Und sie das vielleicht auch teilweise von sich selbst nicht unbedingt immer kannten. Das heißt, der Anspruch war jetzt auch nicht so hoch. Es war jetzt nicht so, wenn man irgendwie mal eine schlechte Note geschrieben hat, dass man dann irgendwie, also habe ich jetzt keinen Ärger bekommen oder sowas. Ich habe einmal, ich hatte einmal in meinem Leben eine richtig schlechte Note. Und die habe ich gar nicht getraut, zu Hause zu zeigen. Aber es war dann gar nicht schlimm. Das wurde dann irgendwann, wo es über irgendeinen Elternabend, haben die es mitbekommen. Und das war gar nicht schlimm. Das heißt, bei mir war es irgendwie so, ich hatte nie etwas, worüber ich rüberspringen muss, sozusagen. Ich bin schon immer höher gesprungen, als die Erwartung wäre. Genau, also das heißt, es gibt auf der einen Seite diese Erwartungsebene. Und die ist von dem Umfeld, je nachdem ist es auch teilweise oft kulturell abhängig oder sowas, ist das halt, kann die auch relativ gering sein. Das sollte man irgendwie für sich nicht unbedingt mitnehmen. Sondern es ist absolut fein, wenn man an sich selbst auch höhere Erwartungen hat und sich nicht damit zufrieden gibt. Und gewisse Glaubenssätze muss man nicht unbedingt adaptieren. Also beispielsweise, dass alle Banker schlecht sind oder sonst was. Oder dass man nur geldreich werden kann, wenn man anderen Leuten was wegnimmt. Solche Sachen. Oder durch Lotto spielen. Oder durch Lotto spielen oder so. Also, das ist dann natürlich auch so ein Punkt, dass man nicht schnell Geld verdienen kann. Oder, sag ich mal, mit Ende 20 so, so schnell. Jetzt nicht über Nacht natürlich, aber dass es halt auch nicht einfach umsetzbar ist. Oder dass man nicht aus einer gewissen sozialen Schicht empor klettern kann oder sonst was. Solche eher beschränkenden Glaubenssätze. Was ja auch nicht mal böse gemeint ist oder sonst was. Aber wo man halt merkt, okay, da ist halt jemand schon vielleicht auch ein bisschen älter. Das sind dann meistens auch Sachen von irgendwie Leuten, die denken, es wäre so. Die quasi auch ihr Leben nach dieser Maxime gelebt haben. Und es dann wirklich auch im besten Gewissen dir dann so mitteilen. Entweder aktiv oder eher quasi so ein bisschen indirekt. Aber du kannst halt in vielen Bereichen die Leute vom Gegenteil überzeugen. Ja, also du musst dich ja nicht mehr überzeugen. Du kannst ja zumindest für dich selbst kritisch hinterfragen und fragen, ob dir das hilft zum einen bei deinen hohen Zielen. Und ob dich das auch voranbringt. Also ich meine auch so Themen wie, okay, man muss sich erstmal einfinden im Studium, man muss erstmal ankommen oder sowas. Das sind ja auch nicht Sachen, wo das Universum uns das vorgibt, dass das so ist. Sondern das sind einfach Sachen, die man selbst glaubt. Haben wir auch zum Beispiel im vergangenen Podcast darüber gesprochen gehabt. Und dann ist es aber nicht so, dass das gegeben sein muss. Und das sind mit Sicherheit wichtige Sachen, wo man sich sehr kritisch hinterfragen sollte, wenn man hohe Ziele hat. Und immer ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, also dass man sich selbstbewusst ist irgendwie mitbringen. Eine gewisse Reflexion, um zu schauen, okay, was sind denn Sachen, die mich vielleicht oder Dinge, an die ich glaube, die mich daran hindern, gewisse Ziele auch zu erreichen oder vor allen Dingen die mir überhaupt erst zu stecken. Ja und gefährlich ist halt dann unter dem Aspekt, wenn du halt A, dir gewisse Ziele ausreden lässt oder dich nicht traust, gewisse Ziele zu erreichen. Oder wenn B, irgendwelche Halbwahrheiten oder komplette Fehlinformationen dann krass verbreitet werden. Genau, das ist ja dann nochmal eine neue Ebene. Es geht ja jetzt nicht mehr irgendwie um, ist ja jetzt kein tief verankerter Glaubenssatz oder sowas, sondern es ist eher einfach, man weiß nicht so wirklich, was das ist und versucht aber trotzdem irgendwas zu sagen. Ja, weil es gibt Leute, die haben keine Ahnung von irgendwas, bleiben einfach still. Dann gibt es andere Leute, die haben keine Ahnung, aber ihnen ist gar nicht klar, dass sie keine Ahnung haben. Und wenn du selber noch an so einem Punkt bist, wo du A, vielleicht noch in einer Phase bist, wo du dich ein bisschen davon beeinflussen lässt oder B, womöglich es auch nicht einordnen kannst, ob die Person Ahnung hat oder nicht oder C, vielleicht sogar denkst, dass sie Ahnung hat wegen irgendeinem Autoritätssignal oder sonst was, dann ist das halt ein bisschen suboptimal. Genau, also vielleicht mal, um auch so ein bisschen den Hintergrund zu erklären, warum ist das überhaupt so? Es sind halt spezielle Branchen, wo halt auch Regeln existieren, die in anderen Branchen es nicht gibt. Das ist aber bei vielen Branchen und gerade bei den Sachen, wo man wirklich auch was erreichen muss oder wo man schon während des Studiums auch viel arbeiten muss. Das ist beispielsweise bei Juristen oder sowas, das ist ja auch so, das ist ein anderes System, wie das Ganze irgendwie aufgebaut ist, wie du das schaffst, irgendwie zu den besten Kanzleien zu kommen. Aber außenstehender verstehst du es nicht. Genau, und genauso ist es in den Wirtschaftsbereichen praktisch auch so. Und die wenigsten verstehen halt, worauf es wirklich ankommt. Man sucht sich dann sehr einfache Gradmesser und der einfachste Gradmesser sind halt meistens die Noten dann. Also schau einfach, dass du gute Noten schreibst, konzentrier dich voll darauf, nee, geh jetzt mal nicht zu dem Workshop oder sowas, sondern guck einfach, dass du den Stoff gut mitbekommst, dass du zu den Vorlesungen gehst, um da auch aufmerksam dabei zu sein. Oder beispielsweise, ja, warum arbeitest du denn so viel, warum machst du denn so viel Praktika? Der und der Sohn von meiner Freundin, der studiert an der FH, der macht auch BWL und der hat auch so gute Noten, der hat so viel Zeit, seine Eltern zu besuchen und Urlaub zu machen. Genau, also da werden halt Sachen, also zum Beispiel bei den Kriterien oder bei dem, was man mitbringen muss, ist es halt auch so, dass die Leute das halt einfach leider nicht wissen und dadurch dann sich auf falsche Sachen auch konzentrieren, wenn man darüber spricht, zum Beispiel, wie, wenn es darum geht, wie weit ist man schon gekommen im Studium. Klar, man kann jetzt x Semester studiert haben oder so, man kann auch seine Bachelorarbeit abgegeben haben, aber letztendlich ist das eigentlich nicht das, was zählt. Also nur, weil das Leute irgendwie besonders gerne nachfragen und auch eine andere Wertschätzung dafür haben, zum Beispiel, dass du im Studium weiterkommst, heißt das nicht, dass du das so teilen solltest. Und wie gesagt, die große Gefahr ist auch zum Beispiel bei Noten versus Praktika. Also ich kenne das von mir selbst auch. Also meine Eltern haben sich immer viel mehr darüber gefreut, als ich gewisse Noten geschrieben hatte oder gewisse Schnitte erreicht hatte, als wenn ich ein Praktikum bei Roland Berger, bei BCG oder noch schlimmer dann später im Private Equity gemacht habe, weil der war auch einfach, also sie wussten ja auch einfach nicht, was es ist. Bei mir war es dann zum Glück nicht so, dass sie irgendwie gesagt haben, nee, mach das nicht, konzentriere dich auf deine Noten oder sowas, sondern die haben das dann schon irgendwie auch verstanden und ich habe auch immer versucht, das zu erklären. Aber es gibt ja wiederum andere Leute, die übernehmen das dann auch und glauben das dann teilweise auch selbst so ein bisschen, dass das halt so ist. Aber die Währung zum Beispiel vom BWL-Studium sind halt einfach die Praktika. Und dann, das hast du zum Beispiel gerade gesagt, das ist ja auch so ein generelles Unwissen über die Branche. Dann gibt es halt zum Beispiel Leute, die sagen, ja, aber der und der arbeitet ja auch in der Unternehmensberatung. Und das ist aber halt gar nicht miteinander zu vergleichen, ob du bei den McKinseys, BCGs, Bergers der Welt arbeitest oder ob du halt bei einer Unternehmensberatung um die Ecke arbeitest, die zehn Mitarbeiter hat, die alle noch nie eine Target-Uni von innen gesehen haben. Das ist auch absolut fein, ist auch fair, aber das ist einfach eine Feststellung, dass das nicht miteinander zu vergleichen ist, sowohl was die Qualifikation angeht, als auch was auch Gehaltsthemen angeht, was generell den Arbeitsalltag angeht und so weiter. Und da wird halt leider oft auf Grundlage von gewissen Stichwörtern gesagt, ja, okay, das ist ja ähnlich. Und nur weil jemand zum Beispiel es schafft, in der Unternehmensberatung einzusteigen, und man dann sagt, ja, aber der hat ja auch nur ein Praktikum. Oder wir kriegen ja auch manchmal Kommentare aller, ja, nee, ich habe den und den Schnitt und ich habe es trotzdem in die Unternehmensberatung geschafft. Und das ist aber halt nicht das Gleiche. Wir sprechen über eine andere Unternehmensberatung als du. Und vielleicht als du, also jetzt nicht gegen dich ganz persönlich, aber als die Person, die sowas halt schreibt. Für uns ist Unternehmensberatung was anderes. Und deswegen ist es halt auch da, dann muss man immer sehr, sehr stark aufpassen, worauf man denn da wie hört. Da muss man einfach sich darüber im Klaren sein, dass diese Branchen speziell sind, dass auch Regeln existieren und Vorgehensweisen, die nicht in anderen Branchen der Fall sind. Und da sollte man halt einfach dann auch, ja, auf Leute hören, die wirklich aus diesen Branchen kommen, die diese Erfahrung haben, diese Expertise haben und nicht vielleicht auf die Leute, die irgendwie von sehr weit entfernt auf die Branche mal draufschauen und sagen, das und das ist ja komisch oder musst du wirklich fünf Praktika machen, um da einzusteigen. Ja, es ist ja nur ein Praktikum versus dem, dass es halt in diesen Branchen einfach so ist, dass Praktika bei den Topspielern vergleichbar sind mit dem Berufseinstieg. Und das ist halt dann, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Da muss man aufpassen. Ja, und das, dass du jetzt diese Folge hier gehört hast, ist natürlich schon mal A gut, weil du jetzt so ein besseres Awareness dafür hast. Aber noch besser ist natürlich, wenn du dafür die ganze Zeit auch konkrete Anschlusspartner hast und eben dann auch für dich filtern kannst, was ist Bullshit und was ist richtig so. Und das ist halt bei uns so, wenn dann Leute im Elite-Coaching sind, die haben halt einmal diesen kompletten Durchblick, bekommen A alles einmal perfekt aufbereitet und B können sie halt uns immer direkt Fragen stellen. Sie können unsere ganzen Gäste in den Live-Calls Fragen stellen. Ex-McKinns, Ex-BCGs, Morgan Stanleys, Goldman Sachs und so weiter. Leute, die es halt wirklich geschafft haben in diesen Branchen. Die kommen die ganze Zeit zu uns, die Gäste-Live-Call, du kannst dich damit austauschen mit den Leuten, kannst direkt Fragen stellen, one-on-one, kannst dir die ganzen Aufzeichnungen anschauen und, und, und. Und dann alleine dadurch entwickelst du halt wirklich so eine Expertise und dann hast du diese Vorbilder. Dann hast du diese Leute, mit denen du sprechen kannst, die dir wirklich dieses Branchen-Nah-How geben können. Und dann bist du halt nicht mehr darauf angegangen. Ich meine, da hat man immer so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Wenn es A jemand ist, von dem einen die Meinung nicht interessiert, dann kann man ihm mal sagen, was Sache ist und dass er keinen Plan hat. Und wenn es jemand ist, von dem die Meinung wichtig ist, zum Beispiel deine Eltern oder so, dann kann man sagen, ja, hast du recht, grinsen und du weißt so, na, du weißt es eigentlich besser, aber man muss dann auch nicht groß mit den Leuten debattieren oder sonst was. Ja, es sind halt einfach, es sind einfach spezielle Industrien, die nach anderen Regeln funktionieren. Und es bringt halt nichts, wenn man versucht, allgemeine Regeln in manchen Branchen ist es halt so. Man kann halt einfach seinen Abschluss machen und dann da einsteigen. Das ist halt in den Branchen nicht so. Und da haben halt gewisse Sachen eine ganz andere Wertigkeit. Und deswegen solltest du, wie gerade auch gesagt, einfach Leute suchen, die da einen Plan von haben, die dir das genau sagen können, die auch einfach wissen, wie das funktioniert, weil es nicht nur bei ihnen selbst funktioniert hat, weil es nicht nur bei 20 anderen Leuten funktioniert hat, weil es nicht nur bei 100 anderen Leuten funktioniert, sondern bei uns mittlerweile bei mehr als 500 Leuten. Und dementsprechend, wenn du dich bei uns noch nicht beworben hast, solltest du es auf jeden Fall mal tun, solltest du auf jeden Fall mal auf unsere Webseite gehen, die dir genau anschauen, kannst dich auch gerne umschauen, siehst du auch da nochmal super viele Erfahrungsberichte, siehst du auch zum Beispiel unser Coaching-Team und kannst dich dann da einfach bewerben, schnell mal ausfüllen. In der Regel, wenn du die Ziele hast, Strategieberater, Investmentbanking, Private Equity, solltest du dann auch ein Vorgespräch ausmachen können, im Rahmen von dem Vorgespräch schauen, ob das grundsätzlich passen kann, ob du auch die Motivation mitbringst, ob du nicht einfach so in die Branche willst, sondern ob du auch wirklich zum Vollgas gehen willst, zum besten Spielern potenziell auch möchtest. Und dann, wenn das immer noch passt, schauen wir uns in der Start-Squo-Analyse mal genau dein Profil an, schauen, was sind denn die Sachen, an denen musst du vielleicht nochmal arbeiten und je nachdem arbeiten wir dann eventuell, wenn es von beiden Seiten noch passt, zusammen. Genau an diesen Punkten und erreichen gemeinsam dann sehr ambitionierte Ziele, wie mit vielen anderen dann vor dir auch zu diesem Zeitpunkt. Genau, das war es mit diesem Video oder dieser Podcast-Folge. Schön, dass du mit dabei warst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Und schön natürlich einen Daumen hoch geben auf YouTube. Bis zur nächsten Folge.